Let's go. Okay, ich mach kurz Anmod. Hab ich ja grad gelernt von den Profis. Wir schauen die zweite Folge der großen Viva-Story. Zu geil für diese Welt, nachdem wir jetzt den Anfang, die erst in der ersten Folge gesehen haben, die Anfänge, um das Gründerteam und die Gründermoderation, geht's jetzt in die zweite Generation von Viva. Viva wurde ja dann ein riesengroßes Phänomen, ein großer Erfolg mit vielen, vielen neuen Gesichtern. Und ich bin gespannt, was die Doku hier alles aufgreifen wird. Teil 2 nennt sich passenderweise auch Triumph. Und so ging alles los. Die machen jetzt in Deutschland das deutsche MTV. Viva hatte eine ganz klare Vision. Ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay? Es ging sehr schnell, dass das sehr groß wurde. Wie ein Rausch. Viva! Viva! Dieser besondere Spirit, dieses leicht Anarchischen und der Mut zum Experiment. Doch das war erst der Anfang. Wir waren tatsächlich in der Goldgräberphase des Musikvideobusinesses, genau auf dem Peak. Es war immer genug Geld da, ja? Es war ein Fanta-Tag mit Heike Makac nach München und nach Köln und nach Hamburg. Man müsste auch noch eine MTV-Story dazu haben. Alle Stern-Hagel-Volle und am nächsten Tag schöne Waikiki-Beach-Party. Wir sind zwei Stunden interaktiv gemacht. Der Zeitgeist gab die Richtung vor. Höher, schneller, weiter. Das war großartig. Du bist zu geil, du bist zu geil, du bist zu geil für diese Welt. Okay, den Part moderiert dann jetzt wahrscheinlich Kulin, oder? Von hier aus kann man sehen, wo Deutschlands Musikgeschichte der 90er geschrieben wurde. Da, im Gebäude 7, im Kölner Mediapark, saß Viva. Der Kult-Kart. Also raus aus den Randbezirken, rein in die Innenstadt, ins pralle Leben sozusagen. Nach drei erfolgreichen Jahren im Industriegebiet am Stadtrand, zog Viva 1996 in die Kölner City. Es sollte dort ganz schön aufregend werden. Speedline, Speedline. Hier begann, wenn man so möchte, meine Fernsehkarriere bei Viva. Hi, herzlich willkommen bei Metaller. Ich bin Markus Kafka, der neue Mann, und das ist mein erster Einsatz. Hier sind wir im heiligen Ambiente eines Harley-Ladens in Köln. Bei mir Joey Di Maio und Eric Adams von Manowar. Hello, gentlemen. Brother, what's happening? Direkt vom Musikmagazin Metal Hammer sprang ich als neuer Genre-Experte ins kalte Wasser Viva. Puh, das war jetzt ganz schön aufregend. Hier im Kölner Mediapark war Viva nach dem Umzug 1997 auf dem absoluten Peak. Der Laden war eine einzige mediale Erfolgsgeschichte. Aber irgendwann werden natürlich alle Kinder erwachsen und dann stellt sich die Frage nach der Identität. Wo kommt man her? Wo will man hin? Und dazu muss man ja wissen, dass nicht nur Viva, sondern auch die Welt Ende der 90er komplett im Wandel war. Und wurde es auch nicht. Man hatte das Gefühl, alle lieben den Konsum und versuchen sich über Konsum zu individualisieren. Versuchen über Konsum Freiheit zu erlangen und zelebrierten das. Viva war Mitte bis Ende der 90er so ein einziger kommerzieller Leuchtturm. Man hat auf Hits, Hits, Hits gesetzt, auf Popstars, Spaß, gute Laune. Und vor allen Dingen die Symbiose mit der Musikindustrie, die hat wunderbar funktioniert. Heute, heute bei Interactive. Viva war der Goldesel für die Musikindustrie. Der Sender explodierte ja in den Medienmarkt, in den Fernsehwerbemarkt hinein. Und es tat sich vor allen Dingen in einem anderen Segment was. Damals, als man noch herkömmlich Drogenträger verkaufte, war das ja ein wichtiger Punkt. Und der Sender verkaufte Playlist. Viva bedeutete Bewegung im Markt. Das war nicht nur sehr profitabel für Viva, sondern es war vor allen Dingen profitabel für die Industrie, die Viva mit diesem Musikcontent beliefert hat. Und Viva hatte jede Woche... Ist das Kim von echt? ...so eine Sitzung, wo sie entschieden haben, wer... Jesus. Welche Videos... Sie sieht aus wie ein Dirigent. So ist sie, und das nannte man, auf Rotationen nehmen. Und da gab es immer nur eine gewisse Menge an Videos, die sie überhaupt genommen haben. Und dann gab es verschiedene Grade von Rotationen. Wenn es hieß, da ist es Konferenz und es wird die Rotation bestimmt. Und so einen neuen Clip, da waren wir alle sehr aufgeregt, weil es für uns schon wichtig war. Hi, wir sind die Fantastischen Fähre. Ob wir größere oder kleinere Rotationen bekommen. Und du wolltest natürlich immer in diese Heavy Rotation. Das war der wichtigste Baustein, um neue Musik und Künstler und Künstlerinnen zu vermarkten. Es gab zum ersten Mal etwas, außer wetten das, um schnell in die Charts zu kommen. Und das war Viva. Das ist dann der spannende Moment, weil wenn du auf Viva bist, hat dein Song eine Chance. Wenn nicht, hast du halt viel Geld ausgegeben. Solche Videos haben 80, 100, 150.000 Mark gekostet damals. Ich habe oft miterlebt, wenn sehr viel Geld in Video investiert wurde. Und dann gab es keine N1 oder keine Rotationen, war das Geld so ein bisschen verpufft. Eine Viva-Playlist hieß mehr oder weniger, der Song geht topfärtsig. Move your hands! Die Aufgabenstellung der Musikergeber ganz, ganz einfach. Wir spielen Hits und Songs. Redakteur Elmar Gieglinger war auch, war der nicht auch Geschäftsführer von MTV später? Stills werden. Elmar Gieglinger hat auch mitgeholfen, Game One an den Start zu kriegen. Damals übrigens. Auch für mich war es das Allerwichtigste, dass mein Video ausgesucht wird und das Herz an Herz von Blümchen anfängt, auf Video gezeigt zu werden. Allein nur, dass das Video ausgesucht wurde, war auf jeden Fall schon echt ein Meilenstein in meiner Karriere. Es hat nicht lange gedauert und wir hatten... Die krasseste Radiostimme, die es gibt. Das kommt hier noch nicht mal so krass rüber. Ich bin mal mit dem im Auto gefahren und wenn der redet, dann hört es sich so an, als ob der hier... Ja, wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen Business machen und ja, mal hier. Eine Top-40-Quote von über 90 Prozent. Viva wollte nicht zugeben, dass sie von der Musikindustrie abhängig ist. Die Musikindustrie wollte nicht zugeben, dass sie auch von Viva abhängig ist. Aber letzten Endes war es eine perfekte Win-Win-Situation für beide. Wir waren tatsächlich in der Goldgräber-Phase des Musik-Video-Business genau auf dem Peak. Es war immer genug Geld da, ja. Ich weiß genau, ich sag das, ich hab da ein Shake That Body. Das war jetzt ein leidlich erfolgreicher Song, den Mona D.B. herausgebracht hat. Da sind wir nach L.A. geflogen, um im Studio ein Video zu machen. Du fließt choreographisch alles ein nach L.A., gehst in dein Studio, drehst in deinem Video und dann fließen wir jetzt zurück. Das hätten wir auch im Balle Eickel drehen können, das Video. Aber es hat dann 120.000 gekostet wieder. Das war aber allen egal, aber es musste in L.A. Gucken wir uns doch mal an hier. So sahen 120.000 Euro aus. Das war der leidlich erfolgreiche Song, den Mona D.B. herausgebracht hat. Das ist der Shot in einem Limo. Da sind wir nach L.A. geflogen, um im Studio ein Video zu machen. Hier sehen wir das Studio, fünf Lichtsäulen, ein Podest und drei Lichter. Und dieser geile Kran. Du fließt choreographisch alles ein nach L.A., gehst in deinem Studio, drehst in deinem Video und dann fließen wir jetzt zurück. Das hätten wir auch im Balle Eickel drehen können, das Video. Aber es hat dann 120.000 gekostet wieder. War aber allen egal. Aber es musste in L.A. gedreht werden. Ohne Sinn. Für einen Fanta-Tag mit Heike Makatsch nach München und nach Köln und nach Hamburg, das ging ja nur mit einem gestarteten Jet. Den muss ja irgendjemand bezahlen. Das kann die Plattenfirma natürlich auch nur bezahlen, wenn die Rotation stimmt. So was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie fett das war und wie ungezügelt. Wir hatten die Interaktiv-Sommer-Tour und da hatte unser Producer mehrere Ferienhäuser nebeneinander gemietet in Portugal. In dem einen Haus wohnte also die Crew, dann Redaktion, dann Moderatoren und teilnehmende Stars. Dieter Bohlen und Thomas Anders waren da, Mr. President und La Bouche und, 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 und. Alle sind so dahin gekommen. Hallo, wuhu, stiller, 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 stiller. Ihr seid doch heute Boy-Group, ihr müsst fit sein, Jungen. What a ass, baby. Juhu, die Jungs, geht ins Wasser. Wir haben Rambazamba gemacht bis in die Nacht, ja. Alle Sternhagel voll. Und am nächsten Tag schöne Waikiki-Beach-Party. Zwei Stunden interaktiv gemacht. Das war großartig. Heute Abend gibt es bestimmt wieder eine unserer berühmt-berüchtigten Pool-Partys, wo alle Leute mit Klamotten ins Wasser fallen. Ich bestimmt auch, aber ist egal. Wir sind ja in Portugal. Es ist schön warm, macht gar nichts. Macht es gut. Ja, ja, es war schon sehr schnell sehr familiär. Und natürlich hat man sich so gegenseitig halt so nette Gefallen getan. Oder wie hieß es immer so, dass es für Drehs Produktionskostenzuschüsse gibt. Gut, das könnte man natürlich auch anders deklarieren. So von wegen, wir geben euch Geld, damit ihr ein Interview mit unseren Künstlern macht. Es scheiterte nie am Geld. Die Plattenfirmen, denen war es wichtig, eine Präsenz auf Viva zu haben. Wie diese Präsenz dann exekutiert wurde, ob die jetzt von einem erfahrenen Redakteur oder Redakteurin oder jetzt einem freshen Praktikanten, der die Kamera noch nicht so ganz bedienen konnte. Wer gedreht hat, war egal. Hauptsache, den Content gab es. Also manchmal hätte ich mir schon gedacht, so Moment mal, wir fliegen jetzt Business Class nach New York, um mit einer Newcomer-Band ein halbstündiges Interview zu machen. Das dann als zweieinhalbminütiger Newsbeitrag. Ihr seid fucking Business Class geflogen? Ich bin in meinem Leben noch nicht Business Class geflogen. Endet oder so? Irgendwann geht einem der eigene Alltag auf den Keks und dann muss man einfach mal raus. Ich bin Phil Daub. Angekommen auf Rarotonga in den Cook Islands. Kleiner Fun Fact hier, um mal zurück zu Phil Daub. Das ist die Stimme von Big Brother. Hier, er. Er ist die Stimme von Big Brother. Also wenn mit den Leuten in Big Brother, wenn die Big Brother Stimme kommt und redet, dann ist er das. Seit der ersten Staffel. True Story. Irgendwann geht einem der eigene Alltag auf den Keks und dann muss man einfach mal raus. Ich bin angekommen auf Rarotonga in den Cook Islands. Also wie oft ich den Satz gehört habe, nicht schon wieder nach New York. Industrie, Sender, Künstler, Künstlerinnen haben gegenseitig voneinander profitiert. Gar keine Frage. Und zwar massiv. Das war alles noch in einem total vertretbaren Rahmen. Da hat auch nie jemand die Hand aufgehalten. Aber klar, man hat sich da in jeder Hinsicht auch so ein bisschen an sich selbst raus. Ja, Thorsten, ich sehe die. Ich habe es schon erlebt, dass ein Eck gar nicht mehr auftreten konnte, weil die schon irgendwo in der Ecke lagen. Oder einer hat sogar mal, glaube ich, das ganze Kamera-Equipment auf Mallorca vollgekotzt. Aber es war großartig. Doch es gab einen Kollegen im partyseligen Viva-Kosmos, der, sagen wir mal, der Anarcho-Attitüde, der Anfänge die Treue hielt. Und noch einen draufsetzte. Oder sogar zwei. Oder drei. Was eigentlich, was war die Unruhe? Was ist denn? Es war alles möglich, gab keine Grenzen. Und wir haben uns maximal ausgetobt, ja. Ja, was soll ich sagen? Man soll ja hier keinen Kollegen-Bashing betreiben, aber ich war nie Fan. Ich war nie Tobi Schlegel-Fan. Ich fand ihn einfach nie lustig. War immer so ein bisschen Rap-Wannabe, finde ich, irgendwie. Deshalb entsprach es wahrscheinlich diesem Zeitgeist. Es hatte trotzdem noch diese Punk-Attitüde, einen Hauch jedenfalls davon, wir sind dagegen. Wir sind anders als das, was sonst auf diesem Sender läuft. Hallo, Chico, Chicas und vor allen Dingen Chiquitas. Hier ist wieder euer Tobi aus Barcelona. Ja, das muss man halt sagen. So kannte ich ihn ja. Nicht jetzt so hier als erwachsener Mann, der da reflektierend über die Viva-Zeit rede. Das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Aber der Tobi Schlegel, den ich halt kannte aus dem Fernsehen, war halt dieser Ruf-Loll. Dieser leicht trottelige Typ hier. Hallo, Chico, Chicas und vor allen Dingen Chiquitas. Und vor allen Dingen Chiquitas. Hier ist wieder euer Tobi. Hola, Chicas, Chicos, Chiquitos. Aus Barcelona. Mit 17 bei Viva anfangen hieß für mich, dass ich mich selbst auch noch nicht gefunden hatte. Also ich wusste gar nicht, wer ich da bin und wurde ja so in diese Rolle des Süßen da gedrängt. Na, 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 na. Da musste ich mich tatsächlich frei strampeln und emanzipieren. Dann kam mein Britney Spears-Moment. Ich glaube, nach so ein, zwei Jahren interaktiv habe ich mir die Haare abgeschnitten. Und dann war ich auch plötzlich nicht mehr der Süße, habe auch nicht mehr so viel Fanpost bekommen, das weiß ich noch. Und dann wurde es aber gut, weil dann hatte ich mich gefunden und dann habe ich mich ausgetobt. Und dann habe ich auch eigene Sendungen bekommen. Die eine Sendung, deren Namen man nicht aussprechen durfte. Hallihallo und herzlich willkommen zu... Willkommen zu... Ich setze sie aber wieder ab. Die sieht scheiße aus. Wir haben die immer nur... genannt. Jeden Tag live. Ah, ah! Macht einfach mal, hieß es. Und das war natürlich das Maximum an Freiheit, was man sich so vorstellen kann. Ganz ungewöhnlich. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort. Nennen Sie doch, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter. Nein, Wojciech, ich ärgere mich nicht. Nein! Das war uns wichtig, dass wir da ein Zeichen setzen, in dem wir auch ein paar Sachen als lächerlich dargestellt haben. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Are you ready for the sound of Scooter? Wir hatten damals bei Viva einen Pförtner, der schon gute Laune im Gesicht hatte, wenn man ankam. Das war Pitta, ne? Und ich mochte Pitta so gerne, dass wir gesagt haben, wir bauen den als Sidekick mal ein. Als der fabulöse Mini-Plee-Man. Und seitdem war er Bestandteil dieser Sendung und musste alles mit mir machen. Wir hatten total Spaß bei der Arbeit. Rückblickend weiß man das jetzt erst richtig zu schätzen, weil man weiß, wie normalerweise redaktionelle Arbeit im Fernsehen aussieht. Und so eine Freiheit hatte ich natürlich nie mehr. Wir konnten da alles machen, haben auch alles gemacht. Und deshalb war es auch okay, da einen Haken dran zu machen. Und ich brauchte dann irgendwann später, das war ja schon weit nach Viva, einen komplett neuen Impuls. Und deshalb habe ich das Moderieren erstmal sein gelassen und bin eingestiegen in die Notfallrettung. Ich wollte Teil einer Lebensrettung sein und war es jetzt bei sehr, sehr vielen und war ja auch im Mittelmeer aktiv. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich beides brauche. Also diese Blaulichtwelt, aber ich brauche auch ein bisschen noch die mediale Welt. Da habe ich ja mein Segen im Schreiben gefunden. Meine Damen, meine Herren und alle anderen, Tobias Schlegel. Mit dem Schreiben schließt sich halt der Kreis. Also das ist auch die maximale Freiheit. Es ist genau das, was ich damals bei Viva gefunden habe, finde ich jetzt im Schreiben, nämlich, dass mir keiner reinredet. Das bringt total Bock. Generell finde ich schon, dass Viva damals so eine... Alter, das ist Tyron Ricketts? Ich habe gerade überlegt, wer ist das? Ich hätte ihn nicht erkannt. Ich habe ihn an der Stimme erkannt. Alter. Die Spielfläche war für kreative Leute, um sich auch auszuprobieren. Was Musikfernsehen angeht, weil wir da Pioniere waren, gab es da noch keine Regeln. Ich habe zwischen 1996 und 2000 bei Viva die Sendung World Cup moderiert. Hey Leute, was geht? Willkommen bei World Cup. Ich bin's wieder Tyron, stehe hier im Studio. World Cup war eine Rap-Sendung, bei der ich... Habe ich auch immer geguckt. World Cup fand ich mega. ... alle möglichen Stars aus Deutschland, aber auch internationale Stars wie Jay-Z, Lauryn Hill, Missy Elliott, LL Cool J getroffen habe. Yo, what's up? Wir sind dann manchmal mit dem professionellen Kamerateam rausgegangen, hatten aber parallel auch noch Digitalkameras dabei und haben einfach mit der einen Hand eine Lampe gehalten, mit der anderen die Kamera und dann das Interview geführt. Ich glaube, es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich selbst auch Teil der Hip-Hop-Kultur war. Für die Leute, die ich interviewt habe, einfacher ins Gespräch reinzukommen, weil man hatte eben das Gefühl, man hat es mit jemandem zu tun, der versteht die Welt, aus der man selber kommt. Ich bin sehr politisch, also ich bin nur ein opinionatorer Bruder und ich werde sagen, was ich denke. Ich habe auch zum ersten Mal einen Einblick bekommen in afroamerikanische, schwarze Kultur. Wie man die Kleidung trägt, wie die Leute sich bewegt haben, welche Tänze es damals gab. Und das war natürlich schon ein Game-Changer. Also gerade für einen kleinen, schwarzen Jungen wie mich, der einfach gar keine Role-Models hatte vorher, war das ein sehr, sehr starker, positiver und intensiver Einfluss. Und das dann selbst eben auch noch machen zu können, das war ein Traum. Also dass der Cast vor der Kamera zumindest so divers war, hat sicher Auswirkungen gehabt, wie das Publikum vielleicht auch seine Umwelt wahrnimmt und so. Natürlich, also heute stellen sich die Fragen nach Repräsentation ja ständig. Das war tatsächlich fast schon was Natürliches, dass da eben auch irgendwie ein POC vor der Kamera stand. Es wird ja oft erzählt, dass Viva damals ein Vorreiter in Sachen Diversität gewesen ist. Und ich möchte mich gleich mit ein paar alten Kollegen und Kolleginnen von mir unterhalten, was Viva für sie bedeutet hat. Sie nochmal, ist das Milka? Ist das Milka? Oder verwechsel ich sie? Ja, Milka, ne? Jetzt erzählt man sich ja heutzutage, dass Viva damals schon sehr divers war. Die haben bunt gesagt. Und wenn ihr jetzt zurückguckt, seht ihr das so? Ja, absolut. Ja. Absolut. Das deutsche Fernsehen war einfach total weiß. Da war eher blond und blauäugig angesagt. Wir waren wirklich was Besonderes. Und ich muss auch sagen, Dieter Gorni hat meiner Meinung nach etwas gesehen, was notwendig war und was überfällig war. Und die haben es einfach gemacht. Also erst mal ganz kurz so ein Divers. Warum Viva divers ist? Weil es eine Kopie von MTV ist. Bisschen zu viel gefeiert. Heute nice chillengehen zu Hause im Wohnzimmer. Fuck it. Und MTV schon divers war und Dieter Gorni dieses Konzept übernommen hat. Deshalb waren wir auch einfach eine Multikulti-Truppe, weil er das auch widerspiegeln wollte, das Kosmopolitane. Mit Tanon habe ich tatsächlich darüber gesprochen. Der war der Einzige, der so ein bisschen woke war, schon damals. Du hast total viel für das Gestript, warst du, ja, ohne Scheiß. Du hast immer irgendwas durchgeboxt. Ja, ja, stimmt schon. Weißt du? Ich kann mich erinnern, Rapmusik war ja damals auch schon ein bisschen politisch. Und dann war man teilweise auch schon reflektierter, was so gewisse Terminologien angeht. Weil vieles, so Wokeness gab es noch nicht. Man hat nicht von strukturellem Rassismus gesprochen. Wenn ich selber als Musiker dann in andere Sendungen gegangen bin, zum Beispiel jetzt in die Sendung von Stefan Raab, dass ich schon mir vorher Gedanken mache, wie würde ich reagieren, wenn jetzt Stefan irgendwas Beleidigendes sagt in so eine Richtung. Ich habe da schon teilweise auch gegenüber Redakteuren und anderen Leuten, musste ich schon ab und zu Sachen klarstellen. Ja. Ich muss sagen, ich habe damals mich sehr wohl gefühlt bei Viva. Mit dem, wie ich war, was ich war. Es war irgendwie sehr angenehm. Zumal ich auch wirklich danach das Kontrastprogramm hatte mit ZDF, wie gesagt, wo man dann wirklich wie ein Marsmensch da rumgelaufen ist. Ja. Und es war sehr angenehm bei Viva. Warum glaubst du denn, hat sich das nicht so richtig übersetzt, diese sichtbare Diversität? Weil du meintest, das wäre abgerissen in der Nachhinein. Weil Musikfernsehen eine Ausnahme war. Das hat nur im Musikfernsehen eigentlich richtig stattgefunden. Dass du halt verschiedene Characters gesehen hast auch. Als Musikfernsehen vorbei war, war das auch so in der deutschen Medienlandschaft nicht mehr zu sehen. Was ich ganz oft gespiegelt bekomme, ist, wie sehr wir inspiriert haben. Wir haben Leuten gezeigt, dass es geht. Dass es so Gesichter wie uns gibt in der Öffentlichkeit. Und dadurch haben die sich getraut, Wege zu gehen, die sie sonst vielleicht nicht gegangen wären. Wir haben repräsentiert. Ja. Finde ich ganz geil. Ich bin sehr froh, ein Teil davon gewesen sein zu dürfen. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, krass, jemand, der so aussieht wie ich, kann im Fernsehen moderieren. Auf eine wunderbare, unschuldige, verspielte, undogmatische Weise hat Viva dieses komische Land, in dem wir leben, bunter und cooler gemacht. Und cool sollte zudem ganz neu definiert werden. Viva 2 als Gesamtkunstwerk hat hervorragend funktioniert. Das hat die Leute nachhaltig auch beeinflusst. Wissen Sie, Viva 2, das ist wie, wenn die Frau die Bluse hochmacht und sie sehen, sie trägt kein Objekt. Es gab eine Symbiose von Freaks für Freaks. Ich glaube, ich glaube, ich habe nicht viel Viva 2 geguckt damals. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Nils Huf, natürlich kenne ich, aber, ähm. Die Freaks, die hinter der Kamera gesessen haben, haben zu den Freaks vor der Kamera gesagt, machen wir jetzt zusammen. Das war einfach super. Also ich weiß noch, vom Onscreen-Design, von der Art des televisionären Mutes, das war einfach so eine Art Superviva. Wir haben es ja damals darauf angelegt, dass das wie so eine popkulturelle Rappelbude ist. Die Musik, die ich mag, macht nicht. Wer es kapiert, kapiert es und wer nicht, nicht. Alles klar? Tatsächlich war aber erst mal gar nichts klar, denn Viva 2 begann als totaler Rohrkrepierer. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, Viva 2 war doch super cool. Ja, das Viva 2, das ihr kennt, schon, aber davor gab es noch ein anderes und das war nicht ganz so cool. Das war alles so antiseptisch. Was empfindet ihr, wenn ihr euch abends im Spiegel betrachtet? Da hat nichts gelebt, da hat nichts gerockt. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Soja. Da bin ich wirklich minütlich gealtert beim Zugucken. Unser Motto ist halb Soul, halb Jazz und 100% Funkness. Dieses Viva 2 war so eine Idee als Äquivalent, sich zu Viva zu verhalten, wie damals VH1 zu MTV. Willkommen bei V? MTV hat ja angekündigt, 1995 VH1 zu starten. VH1. Mit Musik für Ältere. Als dann das Viva 2 aber an den Start ging, war eigentlich schon von Anfang an die Enttäuschung relativ groß. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war kein Bedarf an diesem Sound da. Und dann moderierte man da wie Rod Stewart, Phil Collins. Das war, das war ganz fürchterlich. Das war nix. Das war nix. Die erste Version von Viva 2 hat schlicht nicht funktioniert. Keiner war damit zufrieden. Wo gebeten? Dann bin ich heute runter und dieser hat mir in dem Meeting angeboten, die Verantwortung für Viva 2 zu übernehmen. Dann kam natürlich meine Frage, wie soll denn Viva 2 aussehen? Und seine Antwort bestand aus drei Worten. Mach was cooles. Die zweite Variation von Viva 2 war provokanter und radikaler und hatte eher einen Genreansatz. Und dann ging es ja noch darum, dass auch verschiedene Formate von Viva zu Viva 2 wechseln durften. Gerade die Genreformate. Metaller. Die kamen in neuen Namen, hieß dann Virus. Inklusive der Redaktion, in dem Moment auch inklusive zum Beispiel einem super wichtigen Protagonisten wie Markus Kafka. Und dann hatten wir schon sehr bald einen konkreten Plan, wie das aussehen könnte, dass es halt so ein Alternative-Rock-Magazin tägliches geben würde, plus noch Magazin mit neuen Videos. Das war halt das Ding. Darüber hinaus hatten wir einfach großes, großes Glück dann auch im Casting. Dann haben wir weiter Moderatorinnen gesucht, die sind auch ein bisschen kantiger, sind ein bisschen anders. Guten Tag! Charlotte Roche ist mein Name. Das ist nichts für Memmen. Faster! Veganer! Harder! Und Leute, die sich auf dem Rücksitz anschneiden. Okay! Weiter geht's! Charlotte war ein unfassbar liebenswertes, bisschen verstrahltes Clubmädchen aus Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen im Gletscher! Charlotte war die Entdeckung von Elmar, von Elmar G. Klinger. Ja, Charlotte, ey, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, ich hab die gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt, aber ich glaub, die war mir auch immer ein bisschen zu weird. Ich weiß noch, ob es damals Stimmen gab, die sagten, der Traum war das nicht zu. Und Elmar kam damals zu mir und sagte mit großen Augen, das ist so die Person, auf der bitte der Fokus zu liegen habe. Was Elmar nicht schon wusste, war, dass wir relativ schnell nach unserer ersten Begegnung ein Paar wurden. Weiter geht's jetzt hier mit Eric. Hallo, Charlotte. Hallo. Grüß dich. Was sie abgeliefert hat, übrigens gemeinsam mit Eric, der ihr Autor war und dann ihr beides auch ihr Partner, das war einfach outstanding. Das war großartig. Und dann gab's so erste Testballons von Elmar, Charlotte Interviews machen zu lassen. Thank you very much. Super. I was so fucking nervous. I had diarrhea. Aua. Ihre Sendung war auch sehr musikjournalistisch darauf getrimmt. Ja, sofort ihre Hand loslässt, oder? Nachdem sie das gesagt hat. Und dann gab's so erste Testballons von Elmar, Charlotte Interviews machen zu lassen. Thank you very much. Super pleasure. I was so fucking nervous. I had diarrhea. All day. Ihre Sendung war auch sehr musikjournalistisch darauf getrimmt, sozusagen das ganze Spektrum dessen, was man an Viva 2 Musik so gespielt hat, abzubilden. Viva 2. Viva 2 per se war ja schon heiß und innig von allen geliebt, von Fans genauso wie vom Feuertal. Und dass dann innerhalb von Viva 2 nochmal so ein Pflänzchen wie Charlotte wächst und gedeiht und bis heute eine popkulturelle Ikone ist, das hat schon sehr viel mit diesem Biotop Viva 2 zu tun. Die Leute sollten viel mehr darüber nachdenken und dankbar sein, was Charlotte Roach für das coole Großwerden von Mädchen und jungen Frauen gemacht hat. Haltet die Hände unter der Bettdecke und guckt mal, was sich entwickelt. Alles war jederzeit möglich. Ich würde gerne wissen, was mit Sgt Mulder in der nächsten Saison Sgt Mulder. Sgt Mulder. Ich bin über Tag bei Viva vor der Kamera gelandet. Da war dieses Filmmagazin und der Producer hatte eine Moderatorin, die kam nicht zur Arbeit. Für mich völlig unverständlich. Die hat den Traumjob. Viva 2 war halt auch immer authentisch. Musik Liebhaber oder wie ich halt dann so als Film-Nerd, die haben seine Chance gekriegt. Viva 2 war immer ein Füllhorn an verschiedensten Inhalten, Ideen und Gesichtern. Das hätte sich Damon Erban wohl nie träumen lassen. Der Blur-Sänger ist mit seiner Nebenband erfolgreicher als mit seiner Hauptband. Beflügelt von der reinen Lust am Machen. Es hatte eine gewisse Haltung. Es war eine verschworene Familie, die sich auch kreativ sehr frei ausleben konnte. Steven war bei MTV, nicht bei Viva. Und dann war da noch Nils Ruf. Hallo Nils. Du siehst meine Haarfarbe. Du hast was damit zu tun. Das ist ja grauenvoll. Wie können Sie sowas vertreten? Es ist eine ganz aktuelle Videoskulptur von Fabrizio Plessi, einem der größten Videokünstler der Zeit. Ich finde das wahnsinnig gewöhnlich. Kamikaze war von Anfang an geplant eigentlich als Flagship-Show. Als Format, das bestehende Formate aus dem Musikfernsehen, aber auch weit darüber hinaus deutlich überspitzt. Sie haben ja ein Vogelnest auf den Kopf. Na, eigentlich nicht. Kamikaze sollte drüber sein. Gar keine Frage. Sollte polarisieren. Verdienen Sie sich hier die letzten Raten für den Totalumbau? Aber es wurde dann schlicht übertrieben. Jessica, du hast ja damals unseren... Oh mein Gott. Das erinnere ich mich noch. Der ist ja auch bei uns rausgeflogen. Der ist ja bei uns rausgeflogen. Der war mit Uta damals, glaube ich, ganz gut befreundet, aber ist bei uns rausgeflogen, weil er sich so daneben benommen hat. Auf den Kopf. Na, eigentlich nicht. Kamikaze sollte drüber sein. Gar keine Frage. Sollte polarisieren. Verdienen Sie sich hier die letzten Raten für den Totalumbau? Aber es wurde dann schlicht übertrieben. Jessica, du hast ja damals unseren Wettbewerb gewonnen. Ich bin hässlich, aber will ins Fernsehen. Dem war alles scheißegal. Der hat ja auch einfach vor nichts und niemandem Respekt gehabt und hat ausgeteilt wie ein Irrer. Ich bin liberal und habe großes Verständnis dafür, lass auch andere Meinungen gelten. Ich gebe Ihnen 5 Minuten, Ihren Saal zu räumen. Fand man natürlich geil. Dass das dann hinter den Kulissen aber auch so war, ist dann natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Ich habe es bei Nils immer so wahrgenommen, dass es keine Trennung gab zwischen dieser Figur, die man auf dem Bildschirm sah. Intelligente Familienunterhaltung muss nicht teuer sein. Und der Person, die man später auf dem Flur traf. Bist du denn schon geschlechtsreif? Ich weiß, dass ich diese Provokation damals mit dem auf dem Boden liegenden Kamiketzchen, also eine Frau, die sich auf dem Boden räkelte als vermeintliches Haustier, unglaublich langweilig fand. Lauf her rum! Lauf her rum! Sonst bist du dumm! Berühmt, berüchtigt, schnell war das Kamiketzchen. Fast eine Grundanspielung auf die komplette italienische Fernsehlandschaft. Da saßen Ministerpräsidenten und zwischendurch kamen zwei Frauen in Bikini durchs Bild. Und diese Absurdität wurde so ein bisschen adaptiert und deswegen lag da lange eine halbnackte Frau einfach sinnlos im Bild rum. Gehst dein Po wieder besser? Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich die Motivation war, das italienische Fernsehen zu persifrieren oder ob man es eigentlich ganz geil fand. Ich puste doch mal, das war ja ganz wund. Jeder weiß, dass Sexismus falsch ist. Nils in der Sendung ist auf ironische Art und Weise sexistisch. Aber er war es halt auch, er war es schon halt auch so ein bisschen in echt. Wie viele Zuschauer schalten im Durchschnitt weg, wenn du auf dem Schirm bist? Gibt es hier keine Securities für hässliche Mädchen? Nils, ruf es. Alter, das ist halt auch einfach nur, ja, das ist halt einfach nur mies. Was soll man sagen? Das ist halt einfach nur du, hey, ich zeige auf dich und sage, du bist hässlich. Okay. Wow. Das ist einfach einer der zehn schlechtesten Deutschen. Ich habe dem einmal gesagt, halt die Fresse oder ich schlage dich zusammen. Mein Freund will immer so, das ist das erste Mal, dass er die Schnauze gehalten hat. So ein Format würde heutzutage einen halben Tag schaffen. Einen halben. Und wenn es dann nur noch bösartig ist und nur noch sexistisch ist und nur noch ganz, ganz wenige lachen und vor allem die zum Beispiel Landesmedienanstalten darüber überhaupt gar nicht mehr lachen können, dann ist es einfach ein bisschen zu viel. das Polarisieren fand man super, weil das ja auch das war, was man an Gegenkultur interessant findet. Aber wie das so ist, ne? Es war ja auch eine wilde Redaktion, eine anarchische Redaktion. Ich habe gehalten dein Haar Ich würde sagen, hauptsächlich im positiven Sinn, aber nicht zuletzt, was den Umgang mit Drogen anging. Viva 2 war wirklich sehr hedonistisch. Man ist tierisch der Versuchung erlegen, sich wie ein Rockstar zu fühlen. Mit dem Wissen von heute in der Rückschau war Viva 2 natürlich ein Ding, das verglühen musste. Kennst du Parallelen zu Giga? Ja, einige. Einige. Einige nicht, einige schon. Also so natürlich dieser Vibe, dieses in den 90ern beziehungsweise Anfang 2000ern irgendwie vor der Kamera rumzuhüpfen und dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man dann ein Teil davon ist und on R geht und so weiter, dieser Hype, den man spürt. Ich glaube, das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, aber wir haben halt viel kleinere Brötchen gebacken. Wir hatten halt nicht dieses Leben auf der Überholspur, also gerade vor allem bei Giga Games nicht. Giga Games ist viel mehr Rocket Beans als Viva. In einer sehr intensiven, relativ kurzen Zeit war das so das Einzige, was möglich erschien. Viva 2 hat Lebensgefühl verkörpert hat. Aber zwei der Leute, also der Programmdirektor und der stellvertretende Programmdirektor kamen beide von Viva, haben in der Anfangszeit also auch Viva mit aufgebaut und haben dann natürlich viele dieser Ideen und dieser Spirit, auch wenn ich so manche geflügelten Wörter höre oder so Konferenzen sehe, wie da so gelabert wird und so, das kommt mir alles so. Spezielle Interessen bedient und dadurch wahrscheinlich nur begrenzt lebensbefähig. Müssen Sie doch auch noch mal. Ah, danke. Ah, danke. Der Zenit überschritten war und dass es nicht ewig so weitergehen konnte. Jedenfalls bekam die Leichtigkeit erste erkennbare Risse. Oha! Und in der nächsten Episode ein neues Jahrtausend. Unerwartete Herausforderungen. Die Musikindustrie war ja mehr oder weniger am implodieren. Man hat einfach damals das Internet unterschätzt. Ein klingelnder Frosch Ring, ding, 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 ding. Und das Ende der Party. Das war ja kein Sterben, das war ein Siechen. Ein neues Jahrtausend. Wollen wir mal kurz gucken? Unerwartete Herausforderungen. Wenn ich die Credits kenne. Ob ich da jemanden kenne. Man hat einfach damals das Internet unterschätzt. Ein klingelnder Frosch Ring, ding, 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 ding. Und Okay. Die Maske kenn ich. Das Ende der Party. Das war ja kein Sterben, das war ein Siechen. Das war richtig nur noch so halbtot in der Ecke liegen. Oha. Interessant, interessant. Dritter Teil gleich. Im Anschluss. Wie heißt der? Dritter Teil Absturz. Der dritte Teil Absturz. Wann kommt die Giga-Story? Tja, die macht keiner. Also ARD und ZDF werden sie mit Sicherheit nicht machen. Die muss jemand anders machen. Ich weiß es nicht. Der taktlos Live-Auftritt. Fehlt noch. Okay. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Erinnerungen, wenn ihr denn welche habt, an diese Zeit sind. Wo seid ihr eingestiegen? Wo seid ihr ausgestiegen? Ich habe, ich glaube, wann war das so mit der dritten Generation, die dann jetzt kommt? Aha, die dritte Generation. Da habe ich ja auch parallel angefangen bei Giga. Ungefähr zu der Zeit. Also das wird jetzt, der dritte Teil wird für mich sehr interessant zu sehen sein. Das ist nochmal so eine andere Zeitrechnung. Jo, das schauen wir dann beim nächsten Mal. Und ich bin sehr gespannt, was der Absturz von Viva für uns bereithält. Nein, der besteht aus. Ja, das ist einfach super.